Jetzt habe ich die super Immobilie für mich gefunden, da will ich sofort zuschlagen, aber ich habe ja noch meine Mietwohnung und ich würde ungern parallel meine Miete und auch meine Darlehensrate bezahlen. Wie kriege ich das jetzt hin? Ich bin Kolja Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestensberaten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung und in der Tat ist es so, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe und sofort bezahle, muss ich auch dann die Darlehensrate bezahlen und das könnte parallel zu meiner bestehenden Miete laufen. Und deswegen ist unser Tipp, vereinbaren Sie bei dem Kaufvertrag, den Sie auch sofort schon schließen können, ein Zahlungsziel von drei bis vier Monaten, das passt dann in der Regel auch mit der Kündigungsfrist der Mietwohnung und dann haben Sie noch einen ganz tollen Effekt. Die Miete, die zahlt man nämlich vorschüssig, das heißt man hat am ersten eines Monats die Mietzahlung und die Rate nachschüssig, das heißt am letzten des gleichen Monats wird dann die erste Rate abgebucht und Sie haben trotzdem beide Immobilien parallel, Sie können dann also gemütlich umziehen und haben einen glatten Übergang.